Wir wollen das Lied Amaraya Amaraya spielen. Du hast gesagt, dass das ein arabisches Lied ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Mir macht das extrem viel Spaß. Ich kannte das Lied nicht. Durch dich kenne ich das jetzt und ich würde es gerne mit dir musizieren. Sollen wir spielen? Ja. Okay. Drei und vier und... Drei und vier und vier. Drei und vier. Drei und vier. Drei und vier. Drei und vier.